Servus, ich bin Stefan, euer Internorm Video Blogger. Ich bin heute zu Gast in der wunderschönen Steiermark. Es ist ein Traum auf den Herbsttag und ich besuche heute die Claudia und ein Team. Claudia und ein Team wohnen im Haus hinter mir und das Spannende daran ist, es ist ein Holzmassivhaus, das heißt komplett aus Holz, Böden, Wänden, Decken und letztes Jahr neue Internorm Fenster dazu gekauft. Wie zufrieden sie damit sind und wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Ja, also danke mal, dass ich heute kommen habe dürfen. Es ist ein überschönes Haus, sehr offen, viel Licht. Generell, die erste Frage, warum habt ihr euch für Internorm Fenster entschieden? Grundsätzlich haben wir uns, also wir haben mehrere Angebote eingeholt und uns ist dann einfach aufgefallen bei den Internorm Studio, der Type, dass die Fixverglasung gleich ausschaut wie der Öffnungsflügel und das Angebot preislich hat auch gepasst. Dann haben wir uns eigentlich relativ bald dafür entschieden. Bei uns war es auch wichtig, dass die Qualität schon passt, weil beim Holzhaus hat mir das Gefühl, dass gerade das Fenster auch sehr wichtig ist. Bezüglich Feuchtigkeit und auch Dämmung und dass das alles irgendwie hinhaut und da haben wir eine gewisse, meine ich, haben das schon an einem gewissen Couture, finde ich auch. Und wir haben dann halt verglichen und dann waren die Preise nicht so unterschiedlich und dann wollen wir natürlich auch ein Qualitätsfenster. Und so hat dann eigentlich alles funktioniert. Und dazu, wie meine Frau schon gesagt hat, dass das halt irgendwie von der Optik her, waren sie halt reduziert. Was uns sehr wichtig war, wie mögen das Verschnörkelte nicht so gern und so ist das reduziert und ehrlich. Das hat uns eigentlich am besten gefallen und das waren wenig Rücksprünge und so hat das die Entscheidung relativ schnell gefunden. Also ihr habt gesehen, ihr habt euch für Kunststoff-Alu-Fenster entschieden. Warum? Warum nicht Holz-Alu? War das eine Entscheidung? Ja, also wie ihr hier drinnen gesehen habt, haben wir ein Holzhaus und da ist dann unsere Entscheidung relativ schnell auf Kunststoff-Alu gefallen, weil wir eben außen schwarz haben wollten, also ein Rezip und innen aber dann trotzdem bei weiß bleiben, weil zwei verschiedene Holztöne kombinieren, war für uns einfach ein bisschen zu kompliziert. Das war jetzt die größten Herausforderung, dass man die verschiedenen Orten von Holz abstimmt. Eben die Küche, Holzoptik, die Wände sind Holz, dann hat man auch ein Parkettboden. Und dann zusätzlich wäre dann noch das dritte, das Holzfenster. Ich meine, grundsätzlich taugt uns das schon ein Holzfenster, aber es hätte dann halt einfach noch schwieriger gewesen, das abzustimmen. Und weiß, dass das irgendwie, haben wir uns auch diese schwarzen Details um das Fenster überlegt und ich kann mir das auch sagen, dass das am besten gefallen ist. Es ist eigentlich immer sehr das Holz, das Lebendige kombiniert mit sehr was Gleinen und Einfachen eigentlich. Genau. Okay, cool. Was begeistert euch generell so einer Marke, Internorm? Ja, also wie gesagt, das Angebot war eigentlich ganz gut und die Zusammenarbeit hat eigentlich funktioniert. Wir haben uns gut beraten gefühlt und ja, die Qualität passt auch. Wenn ein Fenster einstellen muss man, glaube ich, alle Fenster. Ja, aber ich glaube, wenn man es aufmacht, dann merkt man irgendwie schon den Unterschied. Also wenn man teilweise bei einem Bekannten ist, dann merkt man so, das klempert ein bisschen. Das ist jetzt aber unsere Fenster nicht so. Also wie beim Auto nicht. Wenn du die Tür zu schmeißt, die aufmachst, dann merkst du, was für Qualität das hat. Ja, genau. Okay, dann, wie war dann die Zusammenarbeit mit dem Internorm-Vertriebspartner? Ja, also der war sehr gut. Wir haben uns für Fenstertechnik Internorm in Graz entschieden. Genau. Und die waren eigentlich, von Anfang an haben wir einen Spitzenberater gehabt. Ja, so einen jungen Geschenherrn. Und das war eigentlich immer super. Da haben wir immer Plädiert angerufen, wenn was war und er hat sofort jemanden geschickt, wenn irgendein Thema war, zum Beispiel beim Einbauer waren Kleinigkeiten, mit der Sicht innen waren, dass das irgendwie richtig verbaut war. Das hat er aber dann sofort erledigt. Und die Dichtbänder, das haben wir auch ein paar Kleinigkeiten gehabt, aber das war alles eigentlich dann kurz ausgeredet und sofort erledigt. Und er war selber auch sehr interessiert daran, dass alles problemfrei einfach abläuft und hat uns überall unterstützt bei allen Anliegen, was man braucht. Ja, Stefan. Ja, wie würdest du denn eigentlich die Internorm weiter empfehlen? Andere Leute? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also man kann natürlich wahrscheinlich dann erst noch ein paar Jahre sagen, jetzt besonders jetzt sind ein Jahr drin. Bis jetzt haben wir eigentlich noch keine Themen gehabt. Wie gesagt, bis auf das, dass du die Fenster nicht einmal einstellen musst, aber ich glaube, das ist eh normal, das gehört dazu. Das hat auch geheißen, das dauert einfach, bis die dann quasi, das wird immer weniger. Aber das waren auch sofort erledigt, die habe ich angerufen. Die Fenster gehen schwer auf und zu, weil ich manche. Und die haben wir dann, haben sie sofort eigentlich eingestellt und jetzt passt es wieder perfekt. Ja. Und das mit dem, was uns auch noch wichtig war, ist das Gelsengitter. Das haben wir eigentlich jetzt vor kurzem installiert. Weil auch der Stefanie, unser Berater, gesagt hat, ich habe wartet, bis die Bausteff fertig ist, sonst macht das kaputt. Okay. Das war ja eine gute Idee. Das war jetzt ein super Channel. Die haben wir jetzt vor kurzem montiert. Das war super einfach zum selber machen. Und ja, das war eigentlich schon auch cool. Ja, danke. Das ist ein super Produkt. Macht es einfach weiter so. Und ich glaube, das sind alle super zufrieden mit euch. Genau. So, mein Besuch neigt sich wieder dem Ende zu. Ich muss sagen, es hat mir aber sehr gut gefallen, so wie Claudia und Tim das umgesetzt haben. Das gesamte Haus ist sehr lichtdurchflutert. Das ist alles sehr offen und die Fenster passen wirklich perfekt zum Holz. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also, auf zum nächsten Durchstopp und bis dann. Tschüss.